Ja, da sind wir wieder, ne? Machst du Stase oder ich? Ich? Ich mach Stase. Schups! Hast du es überhaupt aufgenommen? Ja, 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 komm! Ah, ich hab mich noch erwischt! Herzlich willkommen zurück! Ja, wie jeder hört, hatten wir einen Bug. Das war alles, was ich wollte. Leben nicht. Ich wollte kleben. An der Wand oder was? Einfach nicht ein paar Wochen waschen, dann klebt man sehr gut. Einzige Überlebende. Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Warte. Achso. Und sein Geheimversteck. Ja, der hat ein Geheimversteck. Und sein Geheimversteck. Willst du denn den Fahrstuhl nicht bedienen? Achso. Achso. Wie bedienst du den? Das sah ja komisch aus. Telekinese. Eigentlich müssten wir mal erklären, warum bei uns andere Namen stehen, ne? Haben wir das noch nicht? Ich weiß es nicht. Weil das Fahrradchen ist und ich so faul bin, das umzustellen. Was hast du jetzt gemacht? Fahr nach oben. Warum fährst du denn nicht gleich nach oben? Weiß ich nicht. Kann man doch auswählen. Sind wir jetzt ganz oben? Äh, nein. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Lass mich mal da ran. Geh mal weg. Geh doch mal weg. Da ist aber trotzdem nichts zum Auswählen. Hier geht es nur runter, Henry. Hä? Na egal, dann fahren wir runter und fahren irgendwo anders rum. Genau. Machen wir doch gern. Fahrstuhl fahren. Macht Spaß. Da müssen wir lang. Der Mann hat noch zu weh. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Huch. Nix übersehen. Und da. Jetzt, warte, warte. Ich habe noch nicht gedrückt. Da müssen wir lang. Kletter hoch. Kletter hoch. Kann nicht. Du bist fett. Ich bin noch gar nicht bei dir. So. Das hat jetzt aber jeder gesehen. Ich habe noch Stasis gefunden. Ich komme. Lass mir was übrig. Das klingt irgendwie wirklich so. Die Tentakeln ab Tentakeln. Und dann findest du nicht, das klingt irgendwie wie ein Hunter? Nö. Ja, wo geht es hin? Da runter. Geh mal. Komm nicht. Jetzt auch. Leider vom Partner blockiert. Nicht so weit vorlaufen, ne? Ich doch. Nö. Oh, was machst du denn? Der sagt mir auch nichts. Lässt mich voll da reinlaufen. Wieder. Ich habe es selber nicht gesehen. Ja. Zu meiner Verteidigung. Ja. Das nimmt dir bloß keiner mehr ab. Komm, lass das Ding mal runterkommen, wenn er da so eine Hälfte mitnimmt. So. Ja? Welches Ding? So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir hier hoch. Toll, dann gibt es einen Clipfeder. Toll. Ui, wir haben noch so einen Clip gefunden, ne? Ja, und ich kann mir... Ein Drehmanschettenmodul. Und eine Platine. Und ein Sucherbot. Ja, dann lass uns das mal schnell machen. E ist ein Fortfahren. Hat sich erfolgreich nicht gelohnt. Ich baue wieder... Ne, so eine Torxstange kann ich nicht bauen. Ach ja, muss ja, ne? So, ich habe mir ein bisschen Munition gebaut. Und dann werden wir jetzt mal... ...nachladen. So, das war's schon. Bist du schon soweit? Nein. Warum nicht? Ich bin noch am erstellen. Cool. Ähm... M? Sah sie eben so aus, als ob ein Kabel bei dir hinten rauskommt. Mache ich mal herstellen. Kann ich das nochmal? Nein, töd ich nicht. Ja. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Da. Und hier. Erstmal nachladen. Ui, gleich viel Munition. Freue ich mich. Und hier. Kommst die Leiter nicht hoch? Doch. Warum kommst du nicht hoch? Wo ist doch? Ja, jetzt. Hast du dich erschraubt? Hast du das jetzt gemacht? Gar nichts. Ich wollte mal gucken, ob die dich erschrecken. Boost. Boah. Wo ist so ein Cry of Yard? Kommst du? Streichwerbung. Kommst du? Ey, ich stehe hier schon. Geh mal bitte beiseite. Geh mal bitte beiseite. Henry. Geh doch mal beiseite. Du musst es wieder auslösen, ne? Ja. Du vergisst aber, dass... Das war mein erster Wunsch. Du vergisst aber, dass ich aufnehme, nicht du. Ja. Ja, das weiß ich. Ja. Ah, jetzt sind wir hier. Hier oben sitzt der Typ. Ja, gut. Hier, da sitzt er. Glückwunsch. Oh. Ganz schön dämlich, was? Ziemlich kopflos, der Junge. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam... Du, hier sind wieder so eine Stase-Dinger. Du kannst dir denken, worum, ne? Ja. Leider. Hier ist noch Somat-Gel. Das hier ist für euch. An den Arsch, Jupp. Ja. Wir können hier mit dem Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren. Kommst du. Magst du mal herkommen? Sei nicht so nervös. Wir brauchen einen. Nimmst du für... Der Schlüssel könnte bei seinen Habsieligkeiten sein. Ist zumindest deinen Blick wert. Komm mal wieder her zum Fahrstuhl. Äh, so ein... Runterfahren. Du stehst doch daneben. Lös aus. Ja, ich weiß, aber ich dachte, du willst das machen. Ne, ich stehe da an der Ecke. Ja, ja. Jetzt kommen wieder die Ausreden. Hab extra, damit du... ...drücken kannst. Ist hier irgendwo was? Hast du was gefunden? Äh. Ich nicht. Also, ich sehe hier nichts. Der meint, wir sollen wieder rausgehen. Warte, gucken wir mal den Ziel. Ja, das ist ja ein Fahrstuhl. Ziel sagt hierher. Ja, ich weiß. Ziel sagt runter. Wie runter? Runter geht's. Meinst du, das ist richtig? 1, 2, 3 können wir jetzt auswählen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, aber Ziel sagt mit zum Fahrstuhl. Wie wähle ich jetzt aus? Ach so. Welchen soll ich nehmen? 2 oder 3? Ähm, goldene Mitte. 2. Bei seinen Habseligkeiten. Dann war ich schon beklauen oder so. Ach, hier. Ja, hier sind wir richtig. Ich hab einen Textlog gefunden. Ich hab eine Zunge gefunden. Wir müssen einen Schlüssel finden. Ich hab so einen Wandler gefunden. Ich hab so einen Art Deal. Hä? Jetzt sagt er mir so einen Hoch. Ja, ja. Warte mal. Lass uns mal noch eine Runde... Hast du alles durchgeguckt hier? Ich? Ja. Ich bin auch der Meinung, der Schlüssel müsste eigentlich oben sein. Fahr mal noch... Wer ist jetzt nach oben? Ja. Gut. Du? Äh, wäre ja eigentlich logisch, ne? Wenn deine Keycard bei ihm ist. Ja, das wäre logisch. Aber das ist ein Spiel. Ja. Oder wir haben wieder einen Bug. Ne, wir sollen nach oben. Ja, da war... Oder haben wir die hier zufällig gefunden? Kann sein, dass wir die zufällig gefunden haben. Ich folge nur meinen Anweisungen. Du folgst der blauen Linie. Ja. Geht auf. Ja. Und jetzt haben wir die Superkiste hier. Geh auf die andere Seite. Oh, guck mal, was hier alles ist. Alles einsammeln. Bei mir nicht. Ich hab alles eingesammelt. Feuerrate, einen Clip hab ich wieder. Nachladen, einen Schaden hab ich. Hast du das auch alles genommen? Sonst nimm Sunnypacks weg. Genau. Die Einze. Also die kleinen Sunnypacks. Hast du jetzt noch was drin in der Kiste? Warte mal kurz kurz. Ne, jetzt können wir nicht mehr warten. Hast du das gehört? Du weißt, was jetzt passiert? Nein, weißt du, wie ich leider nicht. Naja, wenn die Dinger an den Sprengladungen explodieren. Ey, ich will den Clip aufsammeln. Ja, könntest du mal bitte mit hier rauskommen? Ja, alles klar. Warte. Gut. Die sind schon tot. Aber da sind noch so viele Dinger, die ich... Hast du die denn jetzt nicht eingesammelt? Ja, doch, teilweise. Du solltest deine... Na, die Sunnypacks brauchst du nicht mitnehmen. Was in der Kiste ist, ist wichtig. Okay. Also du hast die immer noch nicht mehr. Was ist denn medizinische Hilfe? Na, das sind die Sunnypacks. Ach so, oder denn? Ich glaube, ich komme erst mal und schüttel dich und kipp den Kaffee oben in den Kelm rein. Ja, den brauche ich auch. Na los, komm. Wenn du alles raus hast, komm. Ne, ich kriege das irgendwie nicht eingesammelt. Also ich stehe da vor, ich sehe, wie sie da liegt. Ja, die Sunnypacks brauchst du doch nicht mehr einsammeln. Die hast du doch weggeworfen. Nein, da liegt so ein Chip. So ein Chip liegt da. Dann ist dein Inventar voll. Nein, halt nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Du kannst jetzt auch gerne noch die restliche Zeit vom Netzbläder stehen vor der Kiste und damit herlaufen. Ja, guck ich gerne. Ja, das glaube ich auch. Hallo? Ah, jetzt habe ich es aufgesammelt. Oh, Kind. Komm jetzt endlich raus. Ja, Mensch. Drück den Knopf. Hörst du auch diese 80er Rock'n'Roll Musik? Ja. War das jetzt alles? Sein Kopf ist wieder drauf. Ja. Das gibt es aber nicht. Habe ich angenehm. Komm hier vorne hin. Wo bist du denn? Hier unten. Ich wurde angekotzt. Der Boomer hier. Ja, stimmt. Sind wir jetzt durch? Ja. Aber wohin müssen wir? Zu eins? Ja, ich würde sagen. Wir haben ja jetzt die Nebenmissionen erfüllt. Ach, das war nur eine Nebenmission? Ja. Ich kann ja mal gucken. Aber das sieht man hier in meinem Fahrstuhl nicht. Müssen wir nachher machen, wenn ich wieder draußen bin. So. Die Musik hört gar nicht auf, ne? Ne, ne. Die ist so laut. Ja? Die hören wir noch. Außerhalb des Schiffes. Zum Kommandoturm fliehen, steht jetzt hier. Ja, das, ne? Das irritiert immer, ne? Nicht so schlau. Halt's Maul. Das machst du doch auch ständig. Was wird denn das? Gar nix. Ups, ich bin ausgerutscht. Ah, nur ist gut. Irgendwann ist der Gag kein Gag mehr. Meine geht aus dem Anweisenden zustande nicht raus. Passt du jetzt. Du hast deine Caps-Lock-Taste gedrückt. Ja, da... Mir gerade aufgefallen. Da kenne ich einen, der hat schon seine Maus und seine Tastatur fast weggeworfen. Deswegen. Beim Spiel. Bis er denn mitgekriegt hat, dass das die Taste ist. Oh. Halt! Ne, so einer ist das nicht so ein... Ist das so ein Selbstentwickler? Ne. So ein Zusammenbauer? Ne, ne? Nein, das ist nicht. Halt, hier war noch was. Ich schandte da gerade so rum und ich wollte es einfach nicht. Partner wartet an der Tür. Ich bin da. Ich wollte gerade sagen, ich nehme mal einen Medik. Halt, der war was. Ah, da kommt was. Hinter uns. So, Tür zu. Hör auf zu schreien, Henry. Ich? Nein, das ist mein Magen. Ich hab... Achso. Da hat er eben... Oh, scheiße. Ja, ich mach gerade Rabarbe hier. Was? Ach, er war ein bisschen brutal hier. Werde ich ja sehen. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ich bin hier unten. Ja, ich komm hier jetzt nicht weg. Ich werd hier gerade angegriffen. Ja, dann komm ich halt. Muss ich dich wieder retten. Danke. Ist meine halbe Energie weg. Ich hab doch gesagt, nicht schießen, wenn einer daneben läuft. Ohne meine... Jetzt gefällt dir wieder, ne? Ohne meine Hilfe hättest du's nicht geschafft. Ja, ohne... Hätte ich mich nicht vorher aufgeladen, wär ich jetzt tot. Arschloch. Ja, ja. Du bist und bleibst ein Kameradenschwein. Warum hab ich das nicht aufgelacht? Wie geil das aussah, wie du weggeflogen bist. Wo müssen wir jetzt lang? War's ein Blick wert? Ja, Zaka hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Gut. Ich geh jetzt zur Achtern-Sektion und seh mir das Shuttle an. Hoffentlich ist es kein Erschrotten. So, ich würd jetzt sagen, das wär wieder mal ne Gelegenheit, ne Pause zu machen. Ja. Wir gehen hier jetzt noch in die Bahn. Die ist nicht da. Muss man die wieder rufen? Hier ist kein Rufer. Da liegt noch was. Jetzt? Nee. Hast du irgendwas gemacht? Ich grade, nein. Ach so. Ich hätte bloß aktivieren drücken müssen. Kommst her? So, wollen wir denn jetzt hier ne Pause machen? Ja, lass mal. Ja, Freunde. Denn, würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, haut rein. Wenn die Schlaftablette ein bisschen weniger verschlafen ist. Was soll denn das jetzt heißen? Ach, gar nix. Mund. Seit dieser Aktion gerade. Arschloch. Dein stylischen Actionflug. Warum schlägst du mich schon wieder? Das hast du verdient. Ich peitsche dich aus. So. Gut, denn bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 対 del zweifil. Boom. Untertitelung des ZDF, 2020